Ja hallo liebe Leute und willkommen mal wieder zu einem neuen Video von mir und zwar heute zum Thema PV und wir hatten da ein paar schöne sonnige Tage und da habe ich mir gedacht ich habe das Glück oder sagen wir mal so den Vorteil im Moment dass ich Zugriff auf zwei kleine auf zwei PV-Anlagen haben zum einen unsere PV-Anlage und zum anderen habe ich letztes Jahr bei meinen Eltern ein Balkon-Kreffwerk angebaut was ich jetzt schön mal so ein paar Monate mal vergleich ziehen kann auch gerade was interessant ist ist denke ich wir haben eine sehr flache PV-Anlage und meine Eltern haben das Balkon-Kreffwerk 70 Grad im 60 Grad Winkel an der Hauswand hängen auch schön richtig ausgedreht und da kann man gerade mal so ein paar schöne Effekte sehen was im Sommer und Winter da so passiert. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und wir steigen gleich mal ein. So zu kurz für alle die es nicht kennen, auch das Online Road nicht kennen, weil sie meinen Kanal nicht kannten, zu unserer PV-Anlage. Wir haben eine PV-Anlage mit 8,4 kW Peak bei uns auf der Garage liegen. Ihr seht das hier unten die Module. Das sind 21 Triner Vertex S 400 Watt Peak Module, Betriebnahme der Anlage und auch der Kauf, Bestellung alles in 2021 also vor dem ganzen Otaiene-Chaos und Energie-Krise. Das ganze hier sind zwei Strings angeordnet. Zwei Strings heißt im Endeffekt, das sind PV-Module, die zusammen reingeschaltet sind. Das sind zum einen hier, ihr seht das sind so drei mal sieben Reihen. Die ersten drei Reihen hier hängen am String, an dem String 2 Eingang oder das Wechselricht, das ist ein Cross-Type-Planticore plus sieben. Seht ihr auch hier hängen. Und die hinteren vier Reihen, also dann zwölf Module, einmal 9, einmal zwölf Module, hängen am ersten Eingang des Cross-Type-Planticore-Wechselrichters. Der Wechselrichter ist ein, wie gesagt, ein Cross-Type-Planticore plus sieben. Das heißt, die plus sieben heißt, es ist ein Wechselrichter mit sieben kW Ausgangsleistung. Der ist also mit den 8,4 kW nominell ein bisschen überbelegt. Aber das macht aufgrund der Aussicht keinen Sinn, weil die mehr als sieben kW erreichen wir tatsächlich eher selten, auch im Sommer. Das ist ein Hybrid-Wechselrichter, das heißt, er kann nicht nur PV-Module ansteuern, sondern kann auch einen Batteriespeicher aufnehmen. Das ist bei dem Ding auch ganz schick, weil er hat, wie in anderen Wechselrichtern, eben drei MPPT-Eingänge, also drei DC-Eingänge, wo er entweder Module anschließen könnte oder einen Batteriespeicher. Die ersten beiden String-Eingänge sind eben für den, oder DC-Eingänge sind für eben die PV-Anlage benutzt. Und der dritte Eingang ist für einen Batteriespeicher benutzt, ein BWD HVS 5.1. Das ist ein Lithium-Eisenphosphat-Speicher. Seht ihr hier, ein Modularer mit 5,1 kWh ist das bei uns. Das reicht auch für den PV-Anlage aus. Kurz habe ich schon mal ein Video dazu gemacht, was auch tatsächlich relativ viel geklickt wurde für meine Verhältnisse. Dass eigentlich viel mehr Speicher keinen Sinn macht, obwohl man immer wieder über eine Zeit drüber nachdenkt, ach, so ein Modul mehr wäre doch dann nicht so schlecht. Aber tatsächlich bringt es eigentlich nicht so richtig viel oder würden Sie sich wahrscheinlich nicht rechnen. Da der Modular aufgebaut, ihr seht hier oben eben in schwarz das Batteriemanagementsystem mit der ganzen Elektronik dran. Und dann hier unten zwei Batterienmodule, das ist dann quasi die kleinste Ausführung hier auf diesem Speicher tauchen kann. HVS heißt da, weil es eben ein Hochvoltspeicher ist. Das heißt, dieses System hat 200 Volt, oder 230 Volt, 240 Volt, irgendwie sowas. Wenn man jetzt eben Speicher draufsetzen würde, man kann quasi quasi noch so ein Modul hier tauchen aus dem weißen Kasten und kann die dazwischen stecken, dann hätte man eben 7,7 kWh Kapazität und würde eben die Spannung auf 300 Volt erhöhen. Und das hätte ein paar Vorteile, weil auch der Plentycore-Wechselrichter dann eben mehr Lade- und Endladeleistung verarbeiten könnte. Wenn man Batteriespeicher hat, braucht man immer einen Smart Meter auch, also in dem Fall das CrossTarsman Energy Meter oder das sogenannte KASEM, was eben jetzt dem Wechselrichter sagt, wo er den Strom inschieben soll, soll er ins Haus schieben, also AC über den AC aus können oder eben DC direkt in den Batteriespeicher. Ja, ihr seht, die Anlage haben jetzt so ein paar kleinen, vielleicht ihr seht es hier auf der Karte, die Anlage liegt hier auf der Garage. Google Maps hat sich da noch nicht geupdatet seit zwei Jahren bei uns, also wo uns noch kein Satellit vorbeigefahren. Deswegen ist sie hier noch nicht eingezeichnet. Die liegt hier auf der Garage, flach drauf, füllt die Garage auch, wie ihr seht, eigentlich so ziemlich bis zum Rand aus. Hier hinten ist ein kleiner Rand, wo man Land gehen kann, den ich auch nutze, wenn ich bevor ich da putze. Auch da habe ich mal ein Video gemacht, wie das mit dem Putzen so aussieht. Und ihr seht ja, das ist ja Süden hier die Ausrichtung, das heißt, wir sind so, ja, wir haben mit diversen Verschattungen zu kämpfen, die ihr auch teilweise seht. Zum einen, was ihr nicht seht, ist hier das Haus der Nachbarn, das halt Richtung Süden steht, ne, mit dem Diebel. Das ist jetzt gerade im Winter ein Problem, weil es ewig dauert, bis die Sonne da rüberkommt oder dran vorbeikommt, weil sie muss tatsächlich einmal ums Haus quasi rum, bis für sie wirklich auf die PV-Anlage scheint. Es wird da übrigens halt das Problem. Ab April hat sich das Problem erledigt und es kickt dann langsam im September wieder irgendwann rein. Dann hier dieser große Törschbaum hier der Nachbarn, ihr seht ihr auch hier unten, noch hier noch leicht belaubt. Hier im Sommer offensichtlich voll belaubt. Ist auch in der Übergangszeit genau das selbe Problem. Im Sommer steht die Sonne hoch genug, dass sie drüber scheinen, das ist kein Problem. Und dann halt zum Schluss noch das Rheinhaus hier hinten, das ihr hier auch seht, wo die Sonne im Winter, weil sie eben so tief steht, auch relativ früh hinter verschwindet. Das heißt, auch da gehen wir uns einige Kilowattstunde flirten. Aber nicht desto trotz, die PV-Anlage wird sich wohl sehr wahrscheinlich rechnen, auch wenn sie eben gerade in der Übergangszeit ein bisschen Einbußen hat. Aber da kommt jetzt eh nicht so dramatisch viel. Dann zum Balkongraftwerk, was eben bei meinen Eltern aufgebaut ist, wie gesagt. Seht ihr auch hier eine Google Maps-Karte. Das ist ein Haus im Ort, das ist ja auch ein kleiner Berg und man sieht zum einen hier, eigentlich würde man denken, ah warum hier riesen Dach, riesen schönes Suddach, auch keine Verschattung nach Süden, aber naja, man kann nicht alle Leute davon überzeugen, die PV zu installieren. Deswegen haben wir uns, könnte ich sie zumindest zu einem Balkongraftwerk überreden. Und zwar haben wir hier so ein, so nannte es von dem Anbieter Pianeta Balkongraftwerk. Link steht hier in der Videobeschreibung. Wenn ihr darüber steht, könnt ihr mich ein bisschen unterstützen gerne. Ich zeige euch das mal kurz hier bei Amazon einmal. Da haben wir es mir auch gekauft. Dieses Ding hier haben wir gekauft. Das ist ein pinierter Balkongraftwerk mit 850 Watt bifatzialen Modulen von JaSolar, Glas-Glas-Module, also nenne ich mal ganz ordentliche Module, und einem Heumalz HMS 800 Wechselrichter mit Wifi-Funktion. Damals war es so mit der D2Lite, das war noch die Funktion ohne, wo der Wechsel noch keinen Wifi direkt hatte, und eben 5 Meter Schubkabel. Als wir das Ding letztes Jahr im Juli bestellt haben, hat es noch 55 Euro kostet. Mittlerweile kostet dieses Balkongraftwerk nur 399 Euro, was ich echt extrem günstig finde. Muss ich sagen, gerade wenn man hier 850 Watt bifatzial sogar kriegt, wenn man es gebrauchen kann. In dem Fall wahrscheinlich macht es ja nicht so großartig bemerkbar. Mit einem guten Heumalz Wechselrichter, also echt schon top. Und ihr seht auch hier ein paar andere Varianten. Seht zum Beispiel hier, ihr könnt auch, wenn ihr es übertreiben wollt, das ist ja mittlerweile auch erlaubt, vier Module mit einem 1.500 Watt Wechselrichter kaufen für gerade mal 670 Euro. Also das rechnet sich natürlich auch, wenn ihr das bei eurem Netzbetreuer durchkriegt. Aber kommen wir mal zurück zur Präsentation. Zwei Mal bifatzial, 425 Watt Peak, JaSolar, Last-Glas-Module, Heumalz HMS 800, glaube ich, so einer der besten Mikrowechselrichter auf dem Markt. Hier das Modul hängt dann an einem Zwingeingang. Ihr seht, das haben wir hier so ein bisschen aufgeständert von der Wand. Das ist eine Aufstände-Runde, die auch gekauft hat, glaube ich, 60 Euro kostet oder sowas, die halt nicht ausgefahren ist. Man kann hier noch ausfahren, da haben wir uns flache aufständern. Wir haben es halt ganz an der Wand dran, auch wegen Windlass und sowas. Und so haben wir ungefähr 20 Grad von der Wand. Das heißt, wir haben das ungefähr 70 Grad. Und wir seht hier, hier ist die Hauswand. Hier oben hängt das jetzt dran, in dieser kleinen Fläche da. Das ist also fast perfekt nach Süden ausgerichtet. Aber auch hier haben wir ein bisschen mit Verschattung zu kämpfen. Man sieht das hier so leicht. Man hat hier einen großen Laubbaum im Südbereich und hier hat man einen großen Laubbaum. Hier sieht man die beiden Bäume auch. Die werfen natürlich jetzt im Herbst vor einigen Schatten. Jetzt im Winter ist es tatsächlich, habe ich jetzt, Tanja, nicht so das riesige Problem, weil eben kein Laub drauf ist. Aber gerade im Herbst kicken die schon richtig rein. Das sieht man auch in den Kurven. Kosten dafür im August 2023, wie gesagt, sagt 550 Euro für das Balkon Grafwerk. Du hast jetzt nur noch 400 Euro. Also die Preise sind gerade rapide gefallen. Die Halterungen hier, zwei Stück, haben ungefähr 60 Euro gekostet. 60, 65 Euro. Und weil, man sieht das jetzt nicht, aber hier unten drunter ist quasi eine Garage, mit so einem Vordach. Wir haben halt den Wechselrichter ins Trocknen gehängt da. Dafür haben wir dann nochmal Solarverlängerungskabel für 45 Euro gekauft. Das sind halt einfach fertig konventionelle Kabel gewesen. Deswegen machen die so ein bisschen teurer vielleicht als normal. Sowas war halt auf den Gesamtkosten. Kommt nur 655 Euro in dem Fall, die es wirklich gekostet hat. Angebaut haben wir es halt selber. Das war jetzt auch in einem Nachmittag erledigt. Keine große Sache. Aber die Module zu händeln, das sind dann schon große Module. Muss man so sagen. Wer es auf der Leiter macht, schon sportlich. Muss man fit sein. Ja. Im Betrieb war das ganze Ding seit 5.8.2023. Das heißt, ich habe es quasi von August fast komplett letzten Jahres bis jetzt quasi Ende Dezember mir die Daten mal angeguckt und verlichen. Und zunächst gucken wir uns erstmal an, was ist eigentlich so die Prognose. Ihr seht einmal hier die Prognose unten für unsere flache Anlage. Da seht ihr eigentlich so eine schöne Lockenkurve im Endeffekt mit einem starken Peak im Sommer und im Winter relativ schlechten Ertrag. Also im Sommer hier, wenn die Sonne besonders hoch steht, über 1000 Kilowattstunden seit unsere Anlage mit 8,4 kW Peak bringen. Was sie auch tatsächlich schon gebracht hat. Auch schon Richtung 1200. Da haben wir auch schon übertroffen an schönen Monaten. Und hier im Sommer, im Winter dafür aber nur gerade mal so, mal vielleicht so 100 Kilowattstunden. Bei so einer steilen Südanlage mit dem Baton-Kraftwerk, auch hier mit der richtigen Leistung gerechnet, sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Da sieht das Ganze nämlich relativ flach aus hier im Sommer. Das heißt, da haben wir nicht so eine ausübte Kurve hier, sondern wenn wir in der ausrichten, in der steilen Ausrichtung haben wir hier eine relativ flache Kurve. Das flacht hier so bei 80 Kilowattstunden im Monat ungefähr ab. Das wären nach unserem Maßstab hier ungefähr 800 oder sowas. Das ist jetzt ja ungefähr ein Faktor 10 zwischen andern dazwischen. Und den Peak habt ihr halt hier im April, weil im April, aus dem einfachen Unfall im April einfach die Module relativ kalt sind, aber es ist häufig relativ sonnig. Das habt ihr hier an dem Peak eher im April. Und es liefert im Endeffekt gute Erträge eigentlich von März bis in den Oktober rein. Im Oktober bricht es so ein bisschen ein, wie wir gleich sehen werden, weil da eben eine Verschattung reinklicken. Aber selbst im Sommer hier schaffen wir noch, sollte man noch so um die 30 Kilowattstunden eigentlich schaffen. Wie das so aussieht, gucken wir uns gleich an. Ja, wie sind so die Erträge aus? Die Prognosen erstmal sind halt genau so aus. Das sind jetzt die Erträge. Einmal die PV-GIS-Prognose im Blau und einmal der reale Ertrag des Baytonskraftwerks, wie ich quasi auslesen konnte. Und wir sehen halt hier, November, Dezember, Oktober deutlich schlechter. Es war der Dezember, November. Dies ist auch nicht so richtig geiles Wetter. Auch im Oktober aber deutlich schlechter, wie prognostiziert, was einfach mit Verschattung zu tun hat. Das sind einfach zwei große Bäume, die im Oktober noch Laub haben, die das bei Träger werden mächtig verschatten. Das sind einfach die Sachen, mit denen man real kämpfen muss. Im September, dagegen haben wir das deutlich gerissen. Hier haben wir schon 90 Kilo, was schon alleine im September erzeugt. Also die Prognose deutlich übertroffen war. Hatten aber auch dieses Jahr einen sehr sonnigen September. Also das hat dann gepowert dann. Und da jetzt im Oktober sieht man das auch schon. Im November sieht man das auch noch. Wenn die Sonne mal rauskommt, läuft das Ding noch quasi auf Anschlag. Also ich habe, glaube ich, entweder was im Oktober oder im November, habe ich in der App Leistungrichtung 800 Watt gesehen. Also 87 Watt oder sowas. Da haben wir aus dem Wegzerichter raus. Im August hier sind wir ein bisschen zurückgeblieben. Aber da muss man auch bedenken, uns fehlen fünf Tage im August. Das hätten wir wahrscheinlich auch bloß gerade so geschafft hier, wenn die fünf Tage noch gewesen wären. Wie sieht das denn vielleicht mit unserer PV, mit der richtigen PV? Sieht natürlich so aus. Die lief das ganze Jahr, hat fleißig produziert und hier nur so ein paar kleine Balken. Aber das ist natürlich jetzt kein fairer Vergleich, weil unsere PV hat halt die zehnfache Modulleistung. Was heißt, was man hier vergleichen muss, ist im Endeffekt die Kilowattstunden, die man pro KW Peak erzeugt hat. Und wenn man das macht, sieht das nämlich auch schon ein bisschen anders aus. Da sieht man halt hier, Emma Duss war mit unserer PV noch deutlich besser. Der hätte noch die fünf Tage wahrscheinlich nicht viel geholfen, die man noch gehabt hätte. Ansonsten. Aber hier im September haben wir pro KW Peak schon deutlich höher getraten. Auch die ganzen Wintermonate kann man eben pro KW Peak halt deutlich höher Träger zählen. Das ist jetzt ein Video, was da alle vier ist, die sich noch nicht so damit beschäftigt haben. Nur die lange PV-Anlage betreiben, wissen das natürlich alles, dass man eben steil nach Süd ist im Sommer, ist im Winter noch das Beste, was man machen kann. Also man sieht das hier deutlich. Unsere PV-Anlage geht halt stark zurück pro Kilowatt Peak, weil sie einfach flach ist. Und die andere Anlage hält sie noch so einigermaßen backer. So, was hat es gebracht? Ist ja auch die Frage. Unsere PV-Video kennt ihr ja, verlinkt ihr euch oben. Wir haben jetzt hier, habe ich mal ein Screenshot vom 2. Januar gemacht. Da war immer bescheidenes Wetter. Das heißt, die ersten Mal in Januar braucht man gar nicht zu berücksichtigen. Und da sehen wir hier eine Gesamterzeugung von 234,5 Kilowattstunden. Die hast PV vom 5.8.23 bis eben zum 2. Januar, wobei am 1.2. Januar vielleicht nur 200 Wattstunden gekommen sind oder sowas. Diesen Monat seht ihr hier 72 Wattstunden. Also wenn ihr die abzieht, seid ihr immer noch bei 234 Kilowattstunden. Eigentlich habe ich ein Foto vom Einspeisezähler gemacht. Die haben schon zwei Rechnungszähler drin. Einfach sowieso gehabt. Das hat dieses kleine Spezial eingebaut. Der war sowieso drin. Sehen wir halt, von den ganzen, von den 234 Kilowattstunden wurden 16,50 Kilowattstunden eingespeist in der Zeit. Und das macht dann halt quasi mal Produktion. Einspeisung, 16,50 Kilowattstunden. Ein Einverbrauch von 178 Kilowattstunden. An einem Strompreis von 76 Cent, die man in der Zeit hatte, größtenteils, sind das eben 64 Euro Ersparnis. Man wird, also generell, man wird eine Balkonkraftwerk jetzt nicht reichen, nur weil man es anbaut. Man hat nur, sagen wir mal, 600 Euro oder 500 Euro jetzt mittlerweile noch investiert. Da wird man jetzt nicht 1.000 Euro dann verdienen. Das ist ganz klar. Wenn man jetzt mal so ein bisschen hochrechnet, wir haben ungefähr, wenn man jetzt PVDIS rechnet, haben wir quasi von August bis September ungefähr 37 Prozent des Jahresertrags erzielt. Wenn man das mal so ein bisschen 37 Prozent so ein bisschen hochrechnet, kann man darauf, was man wahrscheinlich auf eine Ersparnis von 150 bis 170 Euro pro Jahr kommt, bei eben diesen 36 Cent Strompreis. Und das würde halt heißen, dass sich das Ding nach ungefähr 4ern amortisiert hat. Und nach 4ern läuft das Ding natürlich locker noch. Da ist auch noch nicht lang nichts kaputt. Also das Ding rechnet sich schon. Obwohl man ja hier wirklich, wenn 56 Euro in dem Bereich sind, der preislich im Bereich von dem Computer und dem Fernseher liegt. Und da rechnet auch keiner, ob sich das Ding rechnet. Also das ist mal so ein bisschen, finde ich mal so ein bisschen kritisch jetzt bei sowas. Man tut ein bisschen was fürs grüne Gewissen. Man wird davon natürlich nicht reich. Ob man jetzt wirklich bei 5 Euro für so ein Ding, für so ein Balkonkraftwerk rechnen muss, ob sich das jetzt wirklich, rechnet sich das überhaupt? Naja, wie gesagt, wir sind im Preisbereich, das zahlt man sonst für den Fernseher. Also es ist halt so ein bisschen schwierig. Ja, nochmal so, um mal zu zeigen, dass wirklich steil und Richtung Süden halt im Winter nochmal besser ist. Für die, die es noch nicht so auf dem Schirm haben, von den Neulingen vielleicht. Sehen wir hier mal quasi von, glaube ich, was ist das? Das ist vom 08.01.2024. Zwei Screenshots, die relativ zeitgleich auch gemacht wurden. Ihr seht ja, 12.18 Uhr, 12.24 Uhr. Einmal ein Screenshot unserer OpenWB-Cloud, weil ich habe ich halt von unten unterwegs gemacht. Da habe ich jetzt halt nur Zugriff von MedDouble, weil die Kostal-Anlage auch im Moment nicht läuft. Also die Kostal-App. Da haben wir halt quasi aus 8,4 kWp, wurde gemerkt, 975 Watt erzeugt. Das entsprechen halt 0,12 Watt pro Watt-Peak sozusagen. Also das entspricht einer Ausleistung von gerade mal 12% der Reformule. Das heißt, die Reformule bringen gerade mal 12% ihrer nominellen Peak-Leistung. Währenddessen lief halt das Balkon-Grafwerk, was eben 70 Grad nach Süd ausgerechnet ist, mit 884 Watt, also 300 Watt weniger. Was eben dann, da es ja auch nur 58 Watt-Peak hat, eben 0,8 Watt pro Watt-Peak ist. Also es liefert 80% der nominellen Auslastung. Ich gehe mal davon aus, dass wenn es jetzt Richtung Februar geht und die Sonne rauskommt, dass das Ding dann quasi auf Anschlag läuft, dass der Wegsrichter fast mit 800 Watt powert. Das trifft man halt da wirklich hin, weil die Module dann auch kalt sind. Wenn die Sonne möglich ist, also die Sonne steht, man kriegt halt, für die Leute, die es nicht wissen, Watt-Peak heißt im Endeffekt eine Einstellung von 1000 Watt pro Quadratmeter senkrecht aufs Modul. Nominell bei 20 Grad oder sowas. Dann würden sie diese Leistung bringen. Und wir haben es natürlich im Winter, da ist die Module kalt. Und bei 70 Grad haben wir natürlich auch dann fast der gräschte Einfall, so im November und Februar. Also im Dezember ist schon wieder fast ein bisschen zu flach. Aber wir kommen auf sehr ordentliche Leistung. Und nochmal ein anderes Beispiel von ein bisschen später, 13.20 Uhr. Da haben wir hier auf der flachen PV-Anlage, da ist die Sonne noch ein bisschen mehr rumgekommen, ums Haus offensichtlich. Da sind wir auf 1,4 kW gekommen. Wir hatten tatsächlich heute, war es so ein bisschen mittags noch so leichte Schleierwolken, also nicht ganz perfekt klare, wie letzten Tage, sondern so ein bisschen leichte Schleierwolken. Da sind wir tatsächlich auf 2 kW gekommen, was ich überraschend fand, weil die flache PV sammelt halt, also es ist halt besonders gut, um diffuses Licht einzusammeln. Und dann kriegt er quasi noch so ein bisschen gestreutes Licht von den Wolken zurück, die halt dann gleich so ein bisschen nochmal dritte steigen lassen. Also heute habe ich 2 kW gesehen, bis dann die Wolken zugezogen sind, war vorbei damit. Aber hier sehen wir auch, auch hier 1,4 kW, habe ich jetzt leider fast jetzt umzurechnen. Das ist aber auch keine so nach hohe Auslastung und hier halt immer noch 670 Watt, das hat sich auch nicht viel geändert. Und jetzt die Message davon ist einfach, wenn ihr im Winter ein bisschen was reißen wollt mit PV, geht halt nichts außer eine Süd-Ausrichtung und dann möglichst halt auch möglichst steil. Flach nach Süden bringt halt auch nicht so, wenn ich viel mache. Ich nehme jetzt mal ein kleines Video, wo ich das mal zeige nochmal anhand von PVD-Simulation. Es sind jetzt kleine Geheimnisse, aber manche Leute interessiert das vielleicht. Ja, und deswegen werde ich dann um dieses Mal ein Video machen und mal so ein bisschen besprechen, okay, bei Kontraftwerk gerade in die Richtung, wie steil ist eigentlich optimal. Ihr seht das hier mal, PVD-Simulation für verschiedene Süd-Ausrichtungen durchgerechnet, je nach Neigungsgrad. Seht man halt normalerweise hat man so 35 Prozent, aber den maximalen Ertrag. Wir sind doch sowieso, weil wir hier im Sommer dann auf Maximum geht. Aber was ihr beim Kontraftwerk ja nicht gebrauen könnt, sind eigentlich 120 Kilowattstunden im Monat PV-Erzeugung, weil das Speister nicht die Hälfte von allen wahrscheinlich. Also es bringt euch eigentlich so viel, weil beim Kontraftwerk wollt ihr eigentlich möglichst viel, möglichst breit übers Jahr verteilt, dass ihr möglichst viel selber verbrauen könnt und nicht so viel einspeist, weil für die Einspeisung kriegt ihr ja nichts. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo. Immer gerne, Fragen beantworte ich gerne. Das ist vielleicht eher als ein Video gewesen, was immer so PV-Neulingen, die sich gerade anfangen damit zu beschäftigen, mal so ein bisschen gucken. Vielleicht die Leute, die sich gerade darüber nachdenken, bei Kontraftwerk anzuschaffen und die noch nicht wissen, wie sie es ausrichten sollen. Vielleicht hilft den Leuten das ein bisschen und ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht's gut.